tot jetzt bestimmt zu trappen sieht schon so alter so alter finne aus auch muss falsches item komm ich schieb die mal ein stück ich muss das Ding eh wieder in Hand nehmen das ist grad ziemlich gewagt was wir hier machen ey warte mal ne ne ich geh nur zurück das ist jetzt echt crazy bullshit was ich hier machen recht alter voll die kratzige Bullen scheiße ist das die kratzt voll im Hals hab ich erst gekostet ach ne schon wieder ein bisschen eklig hier ich save erstmal bevor ich jetzt hier nochmal runter bin was wo kommst du denn her alter John Travolta der denn jetzt her bitteschön ok das hab ich gesehen dass der zerfletscht ist der ist auch zerflogen der wird nicht so schnell zerfliegen gut oh Gott oh Gott ach komm wir haben da oben gesaved ich rush hier mal lang um zu gucken wo es hier hingeht ich glaub hier geht's immer schön im Kreis und den Spieler so richtig fett ha 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 ey super cool hier können wir eine zweite Base bauen aber die können wir sogar so bauen und zwar will ich die so bauen dass man nur von der Treppe rein kann sonst irgendwie nicht von außen oder so mal hier mal kurz ein save oh Gott nimm die Lampe in die Hand oh Gott oh Gott oh Gott John 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 was machen wir jetzt oh Johnny alter alter finde wie viel hier ist alter alter ich verkauf mich im Lied alter Kacke ey ja super erstmal hier mal was einsammeln das geht immer ach komm ich wollte noch fliehen ey eine Stunde zwei Minuten ey komm ich lade nochmal ach komm nee wir müssen das schaffen da wieder zurück zu kommen alter alter Jojo äh was ist denn hier äh oh ey wir sind immer richtig voll fett im Kreis gelaufen gut hier der nächste Save Point gut dann haben wir jetzt eine zweite Treppe nach oben das finde ich gut ähm wir können dann mal gucken ob die ja das können wir machen ob die denn noch da liegt wie sie in der Höhle liegt und zwar ob die überirdisch an derselben Stelle liegt wie sie unterirdisch liegt wenn ihr versteht was ich meine schade ich dachte dass er eine Treppe nach unten ja war nur eine nach oben aber ich wusste nicht dass es mehrere gibt die nach unten führen äh die nach oben führen was ich schon wieder labern das liegt daran dass ich schon immer eine Stunde offen nehme das mache ich normalerweise nicht na doch höchstens wenn ich mein Kolonie Mod schaue aber äh der Modder er macht ja zurzeit Urlaub oder so ich weiß nicht der update zurzeit einfach nicht auf die 1.2.5 aber egal wir sind ja hier nicht in Minecraft sondern in Minicraft so haben sie so Brote geschmiert und gegessen äh wieviel haben wir wieviel Seeds äh wieviel Hammer Null Zwierstück na gut mal hier hin hin hier den nächsten so gut so das war's denn erstmal für heute würde ich sagen ich speichere denn ich muss jetzt äh langsam ich Pause machen denn äh ich muss noch duschen gehen das darf ich nicht vergessen äh ne Gamer die stinken ist ja hat er ja schon gesagt ernsthaft ungepflegt und so ne alter könnt ihr euch gar nicht vorstellen also meine Nachbarn haben sich schon beklagt dass ich so doll stinke ne und die haben eine Wand so dick wie ein Panzer ne das stinkt da einfach durch das könnt ihr euch nicht vorstellen so schlimm ist das schon geworden so für alle die das glauben ihr seid ganz schön dämlich also alle die das jetzt echt geglaubt haben ey die muss ich echt sagen Daumen hoch für die Leute dass die echt mal zum Arzt gehen ich hab nämlich mal jemanden getroffen hm der versteht so ne Witze wirklich nicht der nimmt das ernst sowas das ist schlimm da könntest du nen Witz nicht machen das ist nämlich ein Kumpel von meinem Cousin und ah wenn du denen so nen Witz erzählst der echt boah ist ja richtig schlimm alter das ist boah du denkst so ne Menschen gibt's nicht ey die gibt's wirklich das ist heftig deftig ey die loben das egal ich muss jetzt Schluss machen ich pflanze das hier nochmal nach und dann verabschiede ich mich denn Durst krieg ich langsam auch also dann bis zum nächsten Mal Ciao jo j j j j j j j Untertitelung des ZDF, 2020